20 mph also mal kilometer pro stunde ja okay also das sind 20 meilen sind 32 kilometer pro stunde 30 meilen in 48 also so um die 31 ihre weiter um die 31 wäre zu schnell schauen wir uns dem mal an hier 31 wäre zu schnell das gesündet die fahren alle eigentlich normal hier beeinträchtigt es vielleicht auch dass die und zehn ich weiß es nicht wie soll ich warum macht das nicht mit dem bus oder so ich habe keine ahnung er wirst keine maske auf nur geht er jetzt wieder raus muss ja auch ein bisschen auf andere sachen achten da hinten ist mir was aufgefallen ach so da kommen wir nicht hin da steht ein auto auf der straße diese frau ja ja haha aber hier meine liebe das ist viel geld ja auch nie schönen tag auf wiedersehen auf wiedersehen vor allen dingen was noch einer die kämpfer doch schon ich stelle ihnen ein stark zettel für das unterdruck das ist richtig cash so viel für so eine kleine sache ja dann lass es doch alles gut einen schönen tag er ist wirklich wütend ja ich kann auch mal wütend werden mein freund wie er rennt alter als wenn er gerade nur richtig richtig fetten auftrag hat auch kann ich mal eine richtig schön gas geben wir gehen hier mal rüber hier stehen soweit alle gut das sind immer die gleichen was hatten die gemacht überhaupt ich glaube müll ich werde es bei einer mündlichen verwarnung belassen danke officer bitte bitte alles gut einen schönen tag gibt auch punkte Mensch ich will hier der könnte doch rasen der sieht aus als wenn er ein raser wäre ich weiß auch nicht wie weit die überhaupt was ist mit ihm los was was hat er einmal den ausweis bitte natürlich bitteschön na verdächtig ach verdammt waffenschein na auch krass waffenschein dann ist er das ja doch roganspender so schlecht männlich okay ach verdammt alles gut einen schönen tag am punkt verloren welche jungs das gibt einen stark aber hallo ich dachte nicht dass das so teuer wird ja sie können weiterfahren auf jeden Fall na ja wütend hat sie ja sich geklungen ich würde mir für die zukunft denn noch was denn hier los für die zukunft noch andere dialoge wünschen alter falter du kannst hier aber auch keine schrottkarre abstellen total kaputt das auto auch schön gemacht also mit dem simulator ist das schon echt krass finde ich gut finde ich gut na so weit geht's nicht na 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 er könnte Gas geben jetzt ist er weg woher die straßen sind hier auch einfach zu kurz zu äh äh wo die straßen sind hier auch einfach zu ähm ja nicht lang genug um dass man da richtig Gas geben könnte mein gott sprich ihn doch an ja schon wieder ja cool ja 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 alles klar ja ja bitte bitte äh sie können weiterfahren auf wiedersehen ja warum denn weiterfahren bitte ändert das beim nächsten update das nicht gesagt wird bitte weiterfahren äh was hat er denn da hallo gehst du mir aus dem weg er geht einfach über die straße auf er guckt einfach auf dem handy und geht über die straße wie ein echtes leben der guckt ja mal komisch sie können weiterfahren auf wiedersehen kriegt er auch minuspunkte für ne gut so ja ist ein bisschen blöd der wird darauf oha ich glaube der hätte was drauf haben können bisschen schade hier mit der Radarpistole das klappt so nicht oh der war aber knapp an der Grenze gerade oh der war knapp ich weiß nicht meldet sind die Pistole sich automatisch oder oha ja haltet doch aber sind hier nicht 50 erlaubt Moment da laufen wir mal ganz kurz hin es sind doch hier 50 erlaubt also wir haben so bei 32 Ritze eigentlich der hatte doch gerade 35 oder nicht kann ich die selber ansprechen die muss ich ja melden ne hm ich will nicht ewig müll machen ich will die aber nicht laufen lassen äh äh wir strafen verschmutzung geld her ja 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 schönen tag noch auf wiedersehen so weiter geht's was haben wir hier noch cool ach die Fenster dass die spiegeln also für den Simulator und auch hier das Wasser für den Simulator echt klasse das ist jetzt ja er geht schon wieder in Kriegsposition hier ach da hinten war ja das Auto was war okay Okay. Was ist hier alles? Aha. Aha. Habe ich gerade gesehen, bevor er die Meldung gezeigt hat. Perfekt. Perfekt. Strafzettel wegen Falschparken. Parkuhr abgelaufen. Auch das erste Mal, dass die Parkuhr abgelaufen ist. Perfekt. Was macht sie hier? Hat der Typ das sich vorhin auch gemacht hat? Jetzt macht sie das? Ist hier irgendwas mit der Straße? Das sieht cool aus, ne? Das sieht geil aus. Ah, kann ich immer nur wiederholen, ne? Das ist echt geil gemacht, finde ich. Oh, da kann man... Kann ich da auch hochgehen? Ach, finde ich schön. Also, ich mag so die Details. Alter, das ist natürlich klasse, ne? Ah. Aha. Ja, ist jetzt auch mal kurz egal. Ach, das ist natürlich klasse. War bestimmt so vorhergesehen, dass man das so machen kann. Weiß es nicht genau. Gucken wir, ob wir einen erwischen. 32. 32. 32. Der müsste doch schon zu schnell gewesen sein. Ich gucke eben gerade mal. 32 sind 51,4. Oder wie viel darf man da denn fahren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Darf man da nicht auch 50 fahren? Oder darf man da 60 fahren? Oder 80? 80 glaube ich jetzt nicht. Hallo? Die Schuhe sind auch ein bisschen zu groß, mein Freund, ne? Da passt da noch einer rein. Ja, das geht jetzt gerade nicht. Ich will hier auch mal... ...einen erwischen. Okay, der wird nicht schneller. Da kommt keiner. Da ist auch keiner. Das ist auch geil. Hier mit dem Dreck an der Hauswand, ne? Da die Blumenkübel. Ah, ist schon geil gemacht. Hm. Unsere Schicht geht noch ein kleines bisschen. Da oben links seht ihr die Uhr. Und wenn das Weiße weg ist, ist unsere Schicht, soweit ich jetzt mitbekommen habe, zu Ende. Eine Schicht werde ich dann auf jeden Fall noch starten. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Der hatte doch gerade 33. Ist das nicht schon zu schnell? Moment. Moment mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz googeln. Äh... Moment. Moment, ich melde mich gleich wieder. Ihr verpasst nichts. Ich google das mal ganz kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, das Internet sagt 25 bis 30 Meilen pro Stunde. Verlassen. Ne, nicht verlassen. Weiter. Ähm... Also... Um die 40 kmh. 40 bis 38 kmh. Da waren jetzt natürlich schon einige bei. Jetzt weiß ich nicht, ob das automatisch gemeldet wird, ohne dass wir was angezeigt bekommen. Oder ob wir noch irgendwas machen müssen. Oh. Hä. Äh, weiter. Verdammt. Ich muss so machen und dann links klicken, wenn ich der Meinung bin, es ist zu schnell. Was habe ich jetzt gesagt? Verdammt, jetzt habe ich sie ja vergessen. Moment. Die Seite müsste ja noch auf sein. Ähm... 25. Alles, was... Alles, was über 30 ist, auf jeden Fall. Muss gemeldet werden. Ah, verdammt. Jetzt will ich aber noch einen haben. Die Schicht ist gleich vorbei. Arrrr, das ärgert mich jetzt. Arrrr, du bist schuld. Ah, das... Ah, ja. Also, ich hatte gerade einfach mal so aus Prinzip... Was macht er denn da? Er guckt gerne auf sein Handy. Auch sehr verdächtig, ne? Guckt ewig auf die Uhr. Zu große Schuhe an. Ähm... Einfach mal instinktiv habe ich gerade mal draufgeklickt. Auf die linken Maustaste. Ähm, das macht man jetzt hier mit rechts. Und instinktiv habe ich mal einfach auf links gedrückt. Und, ja. Toll. Hmm... Không, ja.